Musik Hier werden die Baumscheiben bepflanzten. Was halten Sie davon? Das finde ich ganz wunderbar. Ich freue mich sehr darüber. Toll aus. Wären Sie auch bereit, diese Bepflanzung mit zu pflegen? Ab und zu mal gießen, ja. Ja, eigentlich eine ganz tolle Idee. Ich finde es sowieso schön, dass hier ein bisschen Grün noch in die Straßen kommt. Vor allem, weil das hier alles hier gepräsentiert ist. Finde ich ganz super. Kräuter scheinbar, nicht? Vor der Apotheke. Aber ich finde, dass wir eine Wiederbedingung brauchen. Es ist eine Bereicherung für unser Geschäft. Und ich hoffe nur, dass die Bürger dieses Bezirkes das auch zu schätzen wissen und sich auch daran erfreuen. Und wenn wir das pflegen, dass es dann auch so bleibt. Wir Pfadfinder wollen hier die Bäume schöner machen. Wir wollten so der Umwelt mal helfen und so, weil hier war ein ganzer Unkraut noch drin. Das ist eine super Aktion. Es bringt Menschen zusammen und es ist für alle schön eigentlich. Hoffentlich bleiben die Pflanzen da. Danke. 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 Danke.